Breakout Sessions aus Umfrageergebnissen, eine neue Funktion in Zoom, die wir uns in diesem Video mal ein bisschen genauer anschauen. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und bis gleich. Mit dem neuen Update gibt es die Möglichkeit, aus Umfrageergebnissen heraus direkt Breakout Sessions zu erstellen, also dass die Leute direkt in kleinen Gruppen je nach Umfrageergebnis zugeordnet werden. Wir wollen uns jetzt einfach mal anschauen, wie das technisch funktioniert und dann müsst ihr mir ein bisschen helfen. Lasst uns mal diskutieren, wo so Einsatzmöglichkeiten sind, wie das Ganze auch didaktisch eingesetzt werden können und verschiedene Szenarien besprechen. Schreibt mir da einfach mal in die Kommentare und lasst uns da ein bisschen diskutieren. Ich habe hier mal eine Zoom-Konferenz vorbereitet mit zwei Teilnehmern und ich habe jetzt mir das Szenario ausgedacht, das ist ein digitales Netzwerktreffen, ein Fachtag, ein Netzwerktreffen mit ganz vielen Leuten und ich möchte viel Interaktion schaffen, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt am Anfang in unterschiedliche Breakout Sessions, in unterschiedlichen Slots zuordnen und anmelden können. Ich möchte im ersten Zeitslot, dass sich die Regionalgruppen treffen, also dass sich die Leute, die da sind, nach den Regionalgruppen einfach zuordnen und dann in den Breakout Sessions sind und möchte dann in einem weiteren Slot die Leute nach Interessensgebieten zuordnen. Ich kann jetzt natürlich Breakout Sessions öffnen mit der Option Teilnehmern die Auswahl genehmigen, muss dann aber immer sagen, okay, geht jetzt dorthin, geht jetzt dorthin, muss dann im nächsten Durchlauf die Räume beenden, neu erstellen mit einem neuen Namen und so weiter. Das geht jetzt ein bisschen einfacher. Ich klicke auf Umfragen und auf das Plus, um eine neue Umfrage zu erstellen und jetzt seht ihr schon mal, es öffnet sich jetzt nicht der Browser mit dem Zoom-Backend, sondern ich kann die neue Umfrage auch direkt hier in dem Fenster erstellen, finde ich ein bisschen angenehmer vom Workflow her. Diese Option, Breakout Sessions aus den Ergebnissen zu erstellen, die gibt es nur bei den normalen Single-Choice-Abfragen, also nicht bei Multiple-Choice und auch nicht bei den erweiterten Umfragen, deswegen wähle ich jetzt einfach normale Umfrage und wenn ich diese Methode in anderen Meetings mit anderen IDs einsetzen möchte, kann ich sie mit diesem Haken auch zur Bibliothek hinzufügen. Will ich jetzt nicht, deswegen klicke ich auf Weiter und ich gehe jetzt hier mal, bedenne das Ganze, Auswahl der Angebote und wie ich gesagt habe, möchte ich, dass im ersten Slot, das ist dann die erste Frage, eine Zuordnung zu Regionalgruppen passiert. Das heißt, Regionalgruppen wähle ich dann Nord, Ost, Süd und West und wähle dann diesen Button Create Breakout Rooms, dass diese Funktion zur Verfügung steht. Das ist Zeit Slot 1 und ich möchte, nachdem ich meine Rechtschreibefehler korrigiert habe, dass in dem gleichen Prozess sich die Leute auch schon zu inhaltlichen Gruppen in Zeit Slot 2 anmelden. Das heißt, ich füge eine neue Frage hinzu und sage dann Inhaltsgruppen, da kann man jetzt natürlich auch kreativ sein. Ich wähle jetzt einfach A, B und C als Schwerpunkte und wähle auch hier Create Breakout Room als Option. Das kann ich jetzt über den ganzen Tag weiterführen nach Interessen und so weiter und so fort. Klicke, wenn ich fertig bin, auf Speichern und kann diese Abfrage dann hier auswählen in meinem Menü, Auswahl der Angebote, habe ich nochmal die Übersicht und klicke auf Starten. Jetzt öffnet sich bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern die normale Abfrage auch, wie gewohnt und ich sehe dann hier in diesem Fenster die Live-Ergebnisse. Das heißt, mit meinem Gastaccount melde ich mich jetzt mal für die Regionalgruppe Nord an und für Inhaltsgruppe A und klicke auf Übermitteln und dann sehe ich das direkt und mit meinem iPad wähle ich mich auch für Ost an, sage ich mal, aber auch für Inhaltsgruppe A und zur Sache übermitteln und habe dann im Prinzip eine fertige Zuordnung und Anmeldung für diese unterschiedlichen Slots, diese unterschiedlichen Gruppen am Tag. Ich gehe auf Umfrage beenden, wenn alle fertig sind und habe jetzt direkt in dieser Übersicht die Möglichkeit, Breakout-Sessions zu erstellen. Das heißt, ich gehe jetzt mal, weil ich möchte euch jetzt nochmal was Spannendes hier auch nochmal zeigen, nicht zu den Regionalgruppen, sondern wir fangen jetzt mit den Inhaltsgruppen an. Da haben sich jetzt nämlich zwei Leute für A angemeldet und ab und zu macht es ja Sinn, Gruppengrößen zu begrenzen. Ja, wenn ich zum Beispiel möchte, dass sich nur Zehnergruppen oder sowas treffen, sich immer mehr angemeldet haben, wie gehe ich sonst damit um? In diesem Beispiel möchte ich jetzt, dass immer nur, dass sich Einsergruppen treffen. Macht inhaltlich überhaupt keinen Sinn, aber ich habe hier nicht mehr Accounts. Das heißt, ich klicke auf Breakout-Sessions erstellen und kann jetzt die Teilnehmer pro Raum begrenzen. Hier sage ich jetzt pro Raum einen Teilnehmer erstelle und ihr seht in der Übersicht der Breakout-Sessions, dass jetzt zwei Gruppen mit A erstellt wurden. Das heißt, wenn ihr einen Themenbezug habt oder einen Bezug habt, die Gruppe limitieren wollt und sich mehr Leute anmelden, als die Limitierung hergibt, wird eine zweite Gruppe mit dem gleichen Namen auch nochmal eröffnet. Finde ich persönlich schon mal eine ziemlich coole Sache. Zudem habe ich jetzt hier die gleichen Optionen wie bei den normalen Breakout-Räumen. Das heißt, ich kann jetzt hier die Medi-Teilnehmer die Auswahl des Raums gestatten. Das heißt, wenn der Haken gesetzt ist, können die Teilnehmer auch die Workshops dann wechseln und automatisches Schließen, Countdown, ganz so, wie man es auch, ich sage mal, bei den unterschiedlichen Breakout-Sessions ganz normal kennt. Und wer das nicht mehr weiß, wie das geht, schaut sich am besten auch nochmal unser Video dazu an. Wenn ich fertig bin, klicke ich auf alle Räume öffnen. Die Leute werden in die Breakout-Sessions verschoben, ganz automatisch. Und ich sehe, es haben sich jetzt zwei Räume mit A eröffnet. So, es treffen sich jetzt die Inhaltsgruppen für eine bestimmte Zeit. Wenn der Timer abgelaufen ist, kommen wieder alle zurück. Oder ich klicke auf Räume schließen. Ich will das Ganze ja mal ein bisschen beschleunigen. So, Windows verlassen, nicht Windows verlassen, Zoom verlassen. So, Session verlassen und auch hier verlassen, dass die Leute wieder zurückkommen. Und jetzt möchte ich, jetzt hole ich alle wieder ins Plenum zurück, möchte ich die nächste Kleingruppe starten. Das heißt, ich schließe das Fenster, gehe dann im gleichen Fenster wieder hoch zu den Regionalgruppen, sagt Breakout-Sessions erstellen. Die Begrenzung lasse ich jetzt mal weg, klicke auf erstellen. Und sehe jetzt hier, dass ich nicht mehr Gruppe A und A habe, sondern Nord und Ost. Das heißt, diese Umfrageergebnisse sind auch eine tolle Möglichkeit, unterschiedliche Slots von Breakout-Sessions einfach auch schon mal vorzubereiten, wo sich dann die Leute im Vorfeld anmelden zu können. Und mit einem Klick auf alle Räume öffnen, werden diese dann wieder zugewiesen. Etwas kompliziert und komplex, ja. Aber ihr seht, es bringt schon mal so eine Möglichkeit, wenn ich einen Tag habe, mit verschiedenen Kleingruppen im Vorfeld eine Zuordnung, eine Art Anmeldung zu machen und mit wenigen Klicks im Prinzip die Bezeichnung von Breakout-Sessions auch schon mal in eine Reihe zu bringen. Sonst musste ich immer eine Runde Breakout-Sessions machen, beenden, eine neue erstellen, umbenennen, beenden und so weiter und so fort. Das ist jetzt erstmal nur ein Szenario, was mir eingefallen ist. Vielleicht habt ihr hier nochmal ganz andere Ideen, was ihr von dieser neuen Möglichkeit haltet. Lasst uns da mal diskutieren. Schreibt mir das in die Kommentare. Ansonsten erstmal alles Gute und bis bald. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020